Hallo, Affellows und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ich habe eine ganz lustige Nachricht. Und zwar, ich bin doch so ewig rumgeirrt, weil ich keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. Und dann ins Zelt, um abzuspeichern und beim nächsten Mal weiterzusuchen. Soll ich euch noch was Tolles verraten? Passt mal auf! Überraschung! Das ist die Katzi, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh Mann! Ah, ups. Äh, muss ich nur... Äh, in die Steuerung wieder ein bisschen reinkommen? Aber das wird schon. Hey! Ey, kommst du! Kommt! Oh Gott! Ich krieg's grad nicht gebacken, ne? Ah! Geh weg! Nein, 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 nein! Na! Na, 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 na! Boah! Patern! Äh! Komm! Ah, hilf! Alter! Alter! Komm her! Bring dich um! Oder auch nicht! Oh, jetzt! Komm her! Komm! Endlich! Her! Äh... Ah, stimmt, ich hab ja noch gar keinen Vita-Dingsbums. La! Da war ja was! Da war ja was! Da war ja was! Määäaau! Kaput! Reiß da an! Gleich mal ausrüsten! Ich würde... Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich weiß nicht was es ist. Au! Himmel herrgutzerk- Oh Gott, ich hasse euch. Komm her! Wow. I'm rich! Werf deine Banane woanders hin. Ich weiß nicht was es ist, aber ich war bei Tarzan schon immer, also an sich jede Welt. Ich meine bei Alice hatte ich ziemlich das Problem teilweise mal auch eine Katze zu triggern, aber irgendwie bei Tarzan war ich echt am meisten die Probleme. Oh nein! Nein, 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 nein. Don't shoot her! Komm her! Na gut, da lag noch was rum. Na komm, gib her das Teil. Ähm... Ich würde sagen, erstmal zurück zum Zelt und da muss ich glaube ich hier verlangen, wenn ich... Ne, Felsclip. Ah! Verdammt, noch eins! Zeltlager, genau! Da will ich hin! Gott! Oh! Ich nehm euch trotzdem mal mit! Erfahrungspunkte sind immer gut! Ey! Wurmst du! Wurmst du! Tust du mir nicht weh! Ah! Give the fuck! Jetzt juckt meine Nase! Ah! Verdammt! Jungs, macht das mal! Danke! So! Schon besser! Ähm... Da bist du! Oh, die sind so nervig! Ich hasse euch! Komm her! Bring dich... Um! Hab ich gesagt! Wo? Ähm... Ach! Komm! Nerv mich nicht! Hey! Wo ist Joey hin? Was los hat dann? Irgendetwas kommen! Jane in Gefahr! Jane in Nähe! Bei Baumhaus! Das klingt nach Ärger! Gehen wir! Jo! Äh... Gleich! Erste Mal... Speichern! Und zwar... Da! Ich wollte es mir ja angewöhnen! Vorher irgendwas schief war! Ach! Ich wollte noch das Ding ausrüsten! Äh... So! Ausrüstung! Sora... Äh... Gucken wir erst mal... Jopp! Äh... Und dann... Kann... Auf... Äh... 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 Ich... Weiß es nicht... Protes... Protera... Komm, Donald! Hier! Du brauchst des! Du brauchst des! Äh... Item... Habe ich auf jeden Fall dabei! Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich nochmal... Am schnellsten ins Baumhaus komme! Ach, Herr Jemine! Ach, Herr Jemine-Mine! Ach... Ich hätte das Spiel nicht so lange nicht mehr anpacken sollen! Wie komme ich zum Baumhaus? Die verurwollt! Ähm... Und hopp! Und... Hopp! Komm schon! Danke! Äh... Seriously. Komm schon. Oder auch nicht. Er lässt gerade auch nicht mehr los, ne? Ah, jetzt. Danke. Aber warum springt er da nicht weiter? Hör mal auf das Land zu visieren. So, hurra. Hui. Ich will mich umgucken. Danke. Doch, das geht eigentlich doch. Hüpf, 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 hüpf. Geht doch. Schwere Geburt. Trotzdem hab ich keine Ahnung, wie lang muss. Gott, verflucht. Ich bin so verwirrt. Äh. Äh. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ups. So. So. Randa. Rüber. 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 Uh, Dschungel-Eingang. Gäh. Gäh. Huch. Äh. Höpper. Höpper. Ah. Ich hab's gerade nicht mehr so wirklich mit der Steuerung. So. Nee, da rüber muss ich. Da. Hüpf. So. Dementsprechend möchte ich... da jetzt dran, da rüber, da rüber, da rüber, da lang, da lang, da lang, oh Gott. Ohohoho. Das sah gerade knapp aus. Ah. So. Bin ich hier denn jetzt richtig? Mammutbaum klingt zumindest... Klingt gut. Die große dunkle Frucht sieht verdächtig aus. Ja, aber was mach ich mit ihr? Ach. Hör doch mal auf, die anzuvisieren. Da. Komm her. Komm her. Ach, wie leise. Oh. Gott, bin ich gerade schlecht. Was ist denn das? Arg. So. Ich will die Frucht angre... Komm her. Jebes. Komm mit ihr euch mal an den Rest. Ich mach mal, äh, hier. Das Ding da. Muss ich die eigentlich überhaupt angreifen, oder? Ja, der Sache. Oh. Ersten Teil echt viel zu lange nicht in der Hand gehabt. Schrecklich. Mr. Clayton kam ins Zelt und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Clayton? Der Gorilla ist gefangen. Schreck weggelaufen. Wir müssen den Gorillas helfen. Die anderen wirklich. Ähm. Ach, jetzt fängt das hier an. Oder? Ist das nicht jetzt der... Bin ich? Nein, ich wollte eigentlich zum... Zum Baumhaus. Äh. Da geht's zum Mammutbaum. I, B, D, B. Da drüben will ich hin. Da will ich erstmal hin. Hüpf. Sind wir noch... Ey. Sind wir noch irgendwas Interessantes zu sagen? Ja, wir müssen den Gorillas helfen. No really. Bin mir halt gerade selbst... Absor... Ey. Komm her. Glaubt. Glaubt. Also ich hab... Ah. Ich hab zwei Dinge, die mir im Kopf schweben. Ja. Ja, ja, ja. Tatsan. Ist okay. Ist okay. Du bist der Mann. Du bist der Mann des Tages. Seh dich nur... Bitte, tsch, 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 tsch! Ich will doch nur das Item haben. Nein, 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 nein. Hoppala. So. Jetzt will ich darunter. Irgendwo. Hier so. Ah. Tschüss. Weil ich mir nämlich nicht so ganz sicher bin Ob ich jetzt dahin muss, wo ich denke, dass ich hin muss Gott, ich stelle mich an, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen Weil ich persönlich ja echt Ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt Ich finde es persönlich schlimmer ein Spiel eigentlich zu kennen Und dadurch, dass man zum Beispiel jetzt lange nicht gespielt hat oder so, man hat vage Erinnerungen im Kommen Und dadurch verwechselt man teilweise so viel Autsch Tatsanne ist ein Tieter Haha, ein Cheater Ist das nicht das englische Wort für Leopard Versuch Ja, du bist wie immer der Mann Ist okay Ist okay, Digga Aua So Möge ich einmal aus dem Gesicht gehen Ich will nochmal da rein Und dann erstmal Nicht Ausrüstung Ne, 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 ne Ähm Auch nicht Obwohl Hab ich irgendwas? Na, dich könnte ich noch ausrüsten Sturna Kriegt das mal ausgerüstet Wie sieht es denn bei Tarzan eigentlich aus? Mutter Erde Hilft mit ihrer heilen Kraft Äh Gewert Schutz Hm Berserker Ja Trotzkampf Ja Volltreffer Jo, jo, jo Alle Gegner werden mit einem Speer niedergemäht Ja, ist okay Ja Ja, das kann eigentlich so bleiben Äh Da will ich hin So High Potion High Potion Ähm Mal gucken Heilung der Gruppe um 30 Heilung um 60 Vollstelle der Heilung von HP und MP Ne, ich bleib auf dem Ego-Trip Donald kriegt aber noch Zwei Davon Und Tarzan Kriegt Auch noch zwei normale Dann Möchte ich erst nochmal speichern Ehrlich, wenn ich gerade echt überlege Wo genau das nochmal ist Was ich jetzt machen muss 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 Was ich jetzt machen muss